ja hallo und dann herzlich willkommen wieder zu einer weiteren folge life is strange ja ich habe es auch selber bei meinen eigenen test festgesteckt meine stimme hat sich etwas leicht verändert hat liegt aber nicht dass ich ein neues headset habe also ich habe wirklich kein neues setz das ist beim gleichen geblieben mein system hat anscheinend einen soundkarten update gemacht und ja es läuft und ihr habt schon gesehen könnte ich habe gleich auch fortfahren gedrückt den part kennen wir jetzt schon aus folge 7 wir sind hier wieder auf diesen schönen schrottplatz ja Ob das eine gute Idee ist? Also ich glaube, ich halte es auch nicht für gut, dass ich... Oh mein. Ich hätte es ihr nicht erzählen sollen. Ich bleib dabei. Okay. Ein anderer hätte diese Kraft verheimlicht, aber ich sag's ganz ehrlich, das halte ich auch im Echtleben auch für sinnvoll, dass man über seine Problematiken oder Kenntnissen spricht. Jetzt sind wir auf dem Schrottplatz angekommen. Nein, ich will nicht da gehen. Es sind nicht zu viele Merchandise-Zeug. Und da muss ich aber auch Max recht geben. Ja, Bier und Gans. Also Bier und Waffen, das... Ich will das ansehen. Oh, eine Kamera. Ja, eine alte Waschmaschine. Die kann man natürlich auch nicht verwenden. Und wieder dieses Eichhörnchen. Hallo, Bottle Nummer 1. Vier mehr zu gehen. Winkierst du denn? Kann man dich fotografieren? Nein, natürlich nicht. Ja, diese Nusskatze möchte sich einfach nicht zeigen. Oh, ich hoffe, ich übersteuere jetzt auch nicht. Bevor ich mir diese Erkenntnis hole, will ich mich noch ein wenig umsehen. Kann man doch reparieren, wenn's ein Autofahrtartiger ist. Da haben wir Zuggleise. Also einen alten Ausflug. Das ist anscheinend so ein Forstzug. Okay. Ah, okay, man kann... Man kann jetzt schon nicht darüber gehen. Alte Backstahner. Nope, I don't want to go there. Okay, wir haben wieder... Da kam der Herr Begrenzer wieder herein. Nein, ich möchte nicht dorthin. Also so Open World ist es definitiv nicht. Oh. Oh. All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? Hm. I could use this board as a bridge. Doesn't look too heavy. Aha. Oh, gross. So disturbing to see old syringes on the ground. Wenn ich ganz ehrlich bin... Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Oh, fuck. Da ist, glaub ich, so ein Redneck noch unterwegs. Das da mal ein bisschen Geschwindigkeit da mit reinkommt. Also Geschosswilzen. Wo sind wir denn hier? Ah, okay, da... Ich denke mal, wir rennen da mal zu unserer Vision hin. Oh, ne alte Puppe. Oh, poor thing. They left you here all alone. Where to find bottles? Maybe in an old refrigerator. Warum ausgerechnet auf dem Schrottplatz? That dough is the perfect photo op. Das Reh sch... oh. Das ist ja wirklich ein Visions-Reh. Das Reh will mir was zeigen. Ist das mein Schutzengel? Auf jeden Fall hab ich viele Fotos verpasst, leider. War doch heute keine Glanzleistung unterwegs. Aber wenn das Reh da ist, dann will es uns was sagen. Das war ein oldschool Punk-Shirt. Ich geh mal davon aus, diese Vision, dass da noch ein Tornado kommt, ist nicht nur die erste Vision. Da wird noch eine kommen. Also, es sind viele Fragen, die kommen. Erstens, äh... Werden wir noch in Nathan wirklich noch dieses Handwerk legen? Die zweite Frage wäre dann noch, ähm... Nicht nur ob wir Nathan halt das Handwerk... Ja... Das kann ich dann überspringen, den Part. Wenn ich schon blöd bin. Oh, dahinten ist was... Oh, dahinten ist was... Oh, dahinten ist was... Oh, fuck. Ähm... Frag jederzeit, wenn dir einfällt, ich poliere die Tat des meiner Delirion an. Ausflug machen, ich fahre einfach in der Stadt im Kreis. Oh, Emojis. Ähm... Ah. Achs... Oh, das ist ein Haus. Ein Containerhaus. Das ist eine Rachel hier. Das ist ein bisschen schütz. Das stimmt, das ist ein Ding. Jetzt, was ist mit dieser wunderschöne Beziehung? Es ist so, dass Rachel etwas überrascht war. Vielleicht sogar schütz. Ich wünschte, dass sie ein Name hat. Ich würde das nicht zeigen, oder sie wird wirklich schütz. Ja, C. Du kannst sehen, wie sehr ich möchte, dass du diesen Brief liest, weil ich es so lange rauszögere, ihn dir zu geben. Vielleicht möchte ich auch, dass du ihn findest, wenn ich nicht in der Nähe bin, damit wir nie darüber reden müssen. Und ich will nicht, dass du mich hasst. Wo soll ich anfangen? Ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der ganz anders als die öden Snobs des Vortex-Clubs ist. Ich weiß, du drehst durch, wenn ich es dir sage und du wirst ihn abstoßen finden, aber ich schwöre, er ist weiße und unkonventionell. Etwas Furchteinflüssen, aber kein böser Junge. Er hat bloß echt üblen Scheiß mitgemacht. Ja, ich bin wenig besessen, ich mache dir keinen Vorwurf, wenn du durchdrehst. Vielleicht weiß ich, dass du recht hast und es muss mein Geheimnis bleiben. Ich hasse es, dass du mit dir teilen zu können, aber du würdest mir einen Todesblick verpassen und jedes Detail aus mir herausquetschen. Wenn du nur wüsstest, dass wir gestern in der Nähe des Campus gefögelt haben. Oh! Sie waren wirklich besties. Das könnte ich mir nicht mehr als Rachel gewesen sein. Ich kann nicht sehen, dass Chloe mit dem Make-up spielen. Rachel-Song. I wonder if chloe would ever make me a mixtape They would have gone all the way to los angeles for a rave looks fun There was chloe glücklich This flyer is dated right before she disappeared What was the detail Irish bacon Ein irischer bacon macht jetzt musik interessant Three down two more go What about finding a bottle and a haze Ouch Eigentlich ist das ein, ja, ein Trauer tape mehr oder weniger Uh Ich würde mal sagen, weiter geht's mit der Schaluppen Mit der alten Schaluppen Aber jetzt müssen wir halt schauen Wie kommen wir da hoch? Das heißt, wir müssen irgendwie die Planke bekommen Ah, bing bing Ah, bing bing Way heavier than I thought Ugh Easy That was easy One more bottle to go One more bottle to go Oh fuck Ich glaube ich mal Onlyaus Ich hab noch da Hier bis zum Jack Ich hab noch mal Oh and man Einmal Wie es nach Ich hab noch mal Ich weiß nicht, warum Chloe hier steht. Sie ist ein Steampunk. Es fühlt sich wie Chloe und unsere Kinder wieder. Wir sind weg und schlussend unsere Zukunft. Insofern all das Chaos und Bullshit, ich fühle mich so glücklich mit ihr wieder. So glücklich. Wir haben beide wieder zurückgegangen. Interessant. Man hat schon wieder was erfahren. Schade, man kann nicht weiter runtergehen. Aber man... Jetzt komm. Jetzt wollte ich mal einen auf Suizidgefährdeten machen und dann... So, wir haben vier Patronenhülsen. Äh, vier Flaschen. Wollen wir mal schauen, was unsere Chloe... Ey, apropos, wo ist unsere Chloe? Where to find bottles? Maybe in an old refrigerator. Oh. Oh. So. Gut, Frage, wo ist die denn? Nein, zwar ohne Witz, wo ist die denn hin? Ah, da ist sie. Äh, naja. Flaschen. Die Straße? Du bist ernsthaft über das? Wir werden alle diese Bauten schreiten, ohne eine Einzelne Baut. Max, du musst mir helfen. Zeig mir den Weg, Max. Ich muss dich schreiten erst einmal. Zeig mir den Weg, Max. Schreiten ein bisschen nach rechts. Herr, ja, Herr. Oh, ja! Du hast das gesehen, Max? Duh. Das war so fucking cool. Jetzt für die zweite Bautel. Jetzt, Max, wo ich schreiten? Du bist auf der Tatmante. Schreiten die Träger. Jetzt, Max, wo ich schreiten? Jetzt, Max, wo ich schreiten? Ein bisschen zu der Seite. Piep, piep. Lasertracking. Ach, okay. Rechts ist nicht gut. Jetzt, Max. Wo ich schreiten? Schreiten ein bisschen zu der Seite. Chloé Bond hat das geschafft! Jetzt, Max? Wo bin ich? Das kann doch nicht sein! Was soll ich machen, Max? Hallo, was soll ich machen? Lass uns diese Räume auf der Seite rausnehmen. Lass die Räume jetzt rausnehmen? Hela, ja! Schön, Teks! Das ist das, was ich zu sprechen! Satisfiert? Wie, niemals? Also, ich will noch eine Über-Kool-Trick-Shot. Wie geht es um diesen Junker für ein Target? Mann, ich brauche ein Target bevor ich schreie. Lass eine wirkliche Schreie in der Front Bumper. Auf Wiedersehen, Kroel Bumper. Jesus, ich schrotte mich! Ich schrotte mich! Back up, back up! Du hast eine Räume? Hold' auf, Chloe. Ja, huuch! Ja, nimm mal den Reifen! Wie geht es um die Räume für die Räume? Adios, die Räume des Todes. Über-Kool. Ich kann nicht glauben, dass das für real ist. Mein Liebster Freund ist ein Super-Hero! Jetzt ist es Ihr Turnen, um ein Kabel zu fangen. Ich weiß nicht. Max, dein Nose. Verdammt. Ich fühle mich nicht so super... Max! Und Max hat gewarnt. Ich fühle mich. Wie fühle mich? Ich fühle mich ab. Ein bisschen. Danke, für mich zu helfen. Nur, einen Moment. Dann mach mich etwas ein Minuten. ...durch, ein Moment. Ja. Vielleicht nicht genug. Das ist ein bisschen Spaß. Schrecklich und dumm, aber Spaß. Ich weiß, wenn du dich gut fühlst. Gott, diese Macht wirklich mit meinem Kopf verbaut. Ich bin froh, dass ich wieder normal fühle mich. Ich hätte besser gehen, Chloe. Irgendwo war doch jetzt ein Foto. Oder bin ich jetzt blind? Ah. Man muss ja auch richtig stehen. Ich bin froh, dass du bereit bist. Ich weiß nicht so. Bist du Angst, sich in Probleme zu kommen? Oh, Buh-Hu. Max ist Angst. Ich weiß, dass du das kannst. Und ich bin hier für dich. Mach mich stolz, Frau. Hey, es ist Thelma und Louise. Oder ist es Bonnie und Clyde? Entschuldigung, Frank. Oh, sorry, Chloe. Ich weiß nicht, dass du dich verbunden bist. Ich habe gehört, die Schreiber und die Schreiber. Es ist lustig, dass du mit Schreiber spielst. Wie ich mit deinem Alter. Wir sind nicht alles zusammen, Mann. Wir beide brauchen Geld. In der Fall, du brauchst es so schlecht, du mir verdienst, nicht du, Chloe? Huh? Du kriegst dein Geld. Nichts alle sagen das? Ja, selbst wenn sie verraten und schreckt sind. Was hast du da, Frau? Mal sehen. Woher hast du das Bracelet? Ein Freund. Und es ist nichts von deinem Bögen. Du bist mein Bögen jetzt. Und ich... Das ist Bracelet von Rachel. Warum hast du die Bracelet von Rachel? Entschuldigung, okay? Es war ein Gift. Nein, es war nicht. Du hast du das Bracelet. Gib mir das jetzt an, Scheiße. Du solltest du zurück, bevor du es schreckt hast, Frau. Ich meine es. Du willst mir die Bracelet von dir, Frau? Bitte. 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 Du bist zurück. Du bist schrecklich. Mach das. Ich habe vorhin für eine Freundin entschieden, also für Chloe. Also wäre Schießen richtig. Das würde definitiv... Ach komm, no risk. Nein, ich will erstmal wissen, was passiert, wenn ich nicht schieße. Come on, girlie. Shoot me. Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. You have until Friday to pay me. Or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. Das ist ein Arschloch. And there are more guns out there. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Oh, man. Frank took Chloe's gun because of me. Dann werden wir mal die Entscheidung mal anders machen. Wir werden ihn erschießen. Wir sprechen mal. Ready to do this? We should jet before. We have plenty of time to do anything we want. Whenever we want. Make me... Den Part müssen wir uns nicht reinziehen. That is hilarious. Oh, man. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. And you'll wish I had no memory because I never forget. You have until Friday to pay me. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Drive bullets next time, Brainiacs. You are awesome. Thanks for standing up for me. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Jesus, I almost shot this guy. And now he'll be more dangerous to Chloe and me. Wow, sir. Why did Frank have Rachel's bracelet? We need to talk about this later, but I better follow Chloe now. Hmm. Wenn ich in der schieße, habe ich einen weiteren Feind. Are you ready? Hm. Ich habe bei den anderen Teilen, ich werde nicht schießen. Ich werde mich für das Nichtschießen entscheiden. Come on. Moment mal, das hat Konsequenzen? Aber das andere nicht. Ich werde nach amerikanischem Recht handeln. Gott, das will ich nicht. Es ist aber auch an sich keine sehr leichte Entscheidung. Auch dies hat Konsequenzen. Okay. Ne, wir werden die Gnade doch noch durchziehen. Ja, ich weiß, Leute. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Es ist auch eine scheiß Situation. Wenn du eine Waffe nach jemandem richtest. Und man weiß jetzt, dass die ist nicht geladen. Ich denke mal so ist es richtig. Oh, fuck. Ja, wir spielen jetzt heute wegen Timeshift. Ja, wenn man mit Timeshift ein bisschen failed. Oh, okay. Andererseits... Nein, wir schießen. So, die Entscheidung bleibt jetzt Der Typ wird jetzt einen Hass auf mich haben Und sich höchstwahrscheinlich mit Nathan verbünden Aber er soll auch lernen, dass man sich nicht mit mir angeht Aber zudem hat sie dann nicht immer Ärger Mit dem Vater, das heißt Oh Gott, Alter, das ist wirklich ein Das ist wirklich so ein Scheiß auf Life Ja, diesmal, ich sag's mal so Ich hab die ganze Zeit so offensiv gehandelt Und jetzt müssen wir wirklich mal schauen, dass wir uns die Chloe irgendwie befreien können Und wir werden jetzt den Schrottplatz verlassen Ich glaube, das ist wirklich so Ich glaube, dass du eine Schuss auf Frank Das war super Es fühlt sich so Ich bin froh, dass es keine Schuss Ich bin froh, dass es da keine Schuss Ich bin froh, dass du einfach in deinem Hand und das Schuss auf Frank Frank's ass. You have the power! You're gross. Don't fall. I'm just glad you were here. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Ach, und das ist nicht Suizidgefühl. Ich sag mal, wie die Fakten sind. Ich bin noch nicht so nervös, was passiert. Das war schrecklich, Chloe. Ich bin sorry. But Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, did you see what just happened? I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. Playtime. No more guns. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers. Obviously don't get my pot from you, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Hung out? You don't mean you... Oh, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No, I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? I think we have to be careful and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens. And it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. I would just say, why? Why? I bet she would hate me. You're not that different. She had... Has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best. Best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Perfect. Max! 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 Help! I'm stuck! Hold on, Chloe. Oh Gott, jetzt ist aber schnelles Handeln. Oh, Verteilerkasten, das klingt gut. The train's coming! Max, please! Max, get me out of here! The train's coming! Max, please! I better find the tool to cut those wires. I don't want to go that way. Yeah, it's yeah, good. I don't want to go that way. Oh man, wo soll denn das Werkzeug denn sein? Ah, da oben. Oh. Da könnte Werkzeug sein. Das ist doch jetzt verrückt, oder? Perfekt. Also jetzt wird so ein bisschen Action geladen. Max! Hurry! I can't even move it with this crowbar? For real? Please, get me out of here! Max! I can't even move it with an inch! Yeah. Yeah, yeah, Chloe. Brechstange? Öffnen. Yeah, yeah. Ah, perfecht. Neiman. Now I can pull a total MacGyver. Please, get me out of here! Max! 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 Pindabai, Pindabai, Pindabai! The train's coming! Max, please! But which wire to cut? Max, get me out of here! Whoa! Short circuit city! But which wire to cut? Get me out of here! Now that's the right cable. Please! Yes! I did it! Oh, shit! You okay? You saved me again! Crazy! Now we're totally bonded for life! Damn! That was close! Bah! Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but... I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers... might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Thanks for the ride, Chloe. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. Nothing exciting ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. That might explain your tornado vision. I don't see how... It's so friggin' random. Wake up, Max! You saved my life twice now! You altered the course of my destiny, yours and whoever! Do you know about chaos theory? Uh, it means shit happens, right? No, crazy shit happens. Because it can. And will. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? Well, we have a tornado, rewind power and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar! Like you said, Professor Price. A superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Schreibt jetzt das Tagebuch, weil dann, würde ich sagen, wird hier gebraked. Oh, ja. Oh, es geht noch weiter. I have a little time before Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. Tja, das war es erst. Oh, ja. Also, ich würde mal sagen, es ist mal wieder was interessantes. Oh, Gott. Ich hoffe, es wird so weitergehen. Ähm, wieder was viel Scheiß passiert, aber ich hoffe, es wird auch wieder besser. Mit dem Direktor muss ich, glaube ich, wirklich ernstes Hühnchen rupfen, aber gut, das macht nichts. Auf jeden Fall, das war es jetzt erstmal mit Folge 8 und demnächst geht es wieder weiter mit Folge 9. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.